Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Judy von Yusha und wir spielen eine weitere Runde Among the Sleep. Wir haben jetzt schon zwei Teile gefunden, ein Teil fehlt noch, bevor wir zur Erinnerung dürfen. Der nächste Weg ist jetzt frei. Ich habe Angst. Wir sind da relativ gut durch, aber irgendwann muss ja mal was passieren und man weiß halt nie wann und wie und wo. Das macht mich wahnsinnig, das Spiel macht mich wahnsinnig. Ich weiß nicht, warum ich das spiele. Wir müssen jetzt nicht in den Brunnen springen, oder? Wir müssen da jetzt durch, okay. Ja, das fängt schon so an. Es ist sehr feucht hier. Das ist eine feuchte Angelegenheit. Wir müssen jetzt ja gar nicht weiter umgucken, wenn das genauso aufgebaut ist wie vorhin. Ey, die haben wirklich alle Register gezogen, um einen hier wahnsinnig zu machen. Die haben wirklich alle Register gezogen. Boah, erst dieser creepy Spielplatz, dann vorhin dieses Waldding an diesem Teich oder was auch immer das sein sollte. Jetzt fühlt man sich so ein bisschen wie in den Überresten der Titanic. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Die haben wirklich alle Register gezogen hier. Ich habe Angst vor dem, was noch passiert. Oh, das war ja gefährlich. Ich wollte dann nur noch losen. Ja, okay, 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 okay. Ähm, jetzt darf ich mich doch nicht zu sehr hier umgucken. Geh mal weg, genau. Ich denke mal, wir müssen jetzt... Da hinten. Was zur Hölle hat das zu bedeuten? Wir hatten schon mal so eine Zeichnung, wenn ich mich recht erinnere, hatten wir schon mal so eine Zeichnung. Die uns irgendwie... die ein Hinweis waren. Aber ich wüsste nicht, was das jetzt bedeuten sollte. Das ist ein sehr thronmäßiger Stuhl. Wir müssen nach unten in der Klappe lang, nehme ich mal an. Ich nehme das mit den Hinweisen zurück. Ich wüsste nicht, wie das mir helfen soll. Wer verfolgt mich, Dumbo? Diese Geräusche. Es sind nur Stiefel. Es sind nur Stiefel. Alles ist gut. Es sind nur Stiefel. Wir brauchen keine Angst, vor Schuhen zu haben. Schuhe sind nicht gruselig. Sie sind hilfreich. Was zur Hölle sollte das? Es ist so dermaßen uncool. Ich muss aufstehen. Und selbst dann komme ich da nicht ran. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie irgendwas finden, was ich benutzen kann, um mich draufzusetzen, stellen, legen, hocken. Soll ich diese verdammte Tür sonst nicht öffnen kann. Okay, weiter geht's. Nicht noch eine Tür, nicht noch eine Tür, komm. Nicht noch eine Tür. Ich komme da nicht drunter. Wieso? Aber ich kann da rauf gehen. Ich komme nicht drunter, aber ich kann da rauf gehen. Es scheint vorbei zu sein. Oh, mein Gedanke in dem Moment. Scheiße, du kommst da nicht runter, du kommst da nicht runter, du kannst dich nicht sichern. Verdammte Scheiße, was machst du jetzt? Tiddy. Das war mein Gedanke. Also, die wollen uns auf jeden Fall nicht hier haben. Oder beziehungsweise, die wollen uns hier behalten. Eins von beiden. So, ich habe Tiddy wieder weggepackt. Tiddy ist wieder auf unserem Rücken. Und jetzt versuche ich, Deckung zu finden. Äh. Ich finde keine Deckung. Da. Da muss ich wahrscheinlich sogar runter. Okay. Okay. Gioranimo. Das sind weitere nette Zeichnungen von Aliens. Offensichtlich. Wir hatten schon eine gruselige Erfahrung hier. Das reicht für mich. Für meine Verhältnisse ist das genug. Es ist einfach genug. Komm ich da hoch? Ich glaube nicht. Und da ist der Brunnen von dem Bild. Es wird gespeichert. Da sind widerliche Geräusche. Die hört sich vielleicht. Kann ich da reingucken? Da ist ein Glockenspiel. Ah ja, okay. So kann ich da reingucken. Aha! Komm schon, 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 komm schon. Ich stehe im Weg. Komm schon, 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 komm schon. Komm, 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 komm. Wir haben das Teilfest. Wir haben das Teilfest. Komm schon, komm schon, komm schon. Dreh weiter, dreh dich weiter, dreh dich weiter. Meine Tischkante ist nicht weit genug. Oh, bitte, sagt mir, ich muss da unten hin. Da unten, okay. Spring, Kind, spring. Ja, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Wir sind so am Arsch. Wie genau komme ich jetzt hier weg? Da ist eine Glocke. Oder sowas in der Art. Das ist ein Schloss. Nein, bitte, sagt mir. So, das ist ein Schloss, ich will hier nicht sein. Ich kann mit dem Schloss auch nichts machen, also ist das auch okay. Ich hätte jetzt versucht, ich kann aber nicht zurück. Oh, verdammt, wie soll ich denn hier wegkommen? Ey, Leute, ich hab Angst, das ist nicht witzig. Ja, hat super funktioniert. Grandioser Plan. Wir haben das letzte Teil und ich habe keine verdammte Ahnung, wie wir hier wegkommen sollen. Da ist zwar ein Weg, aber der ist verschlossen. Da wächst ein Pilz. Toll. Kann ich mit dir... Das ist ja aus dem Fliegenpilz. Wie, 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 wie soll ich hier wegkommen? Wie, sag mir wie. Wie soll ich den Schlüssel finden? Der uns hinausführt. In die Freiheit. War da noch was drin in der Kurbel? Muss ich nochmal kurbeln? Vielleicht sollte man auch einfach mal alles mitnehmen. Ja, wir sind so langsam, dass ich mir Sorgen mache, dass wir Besuch kriegen. Okay, wir haben jetzt den Schlüssel gefunden, den wir benötigen, um dieses komische Schloss mit der Einsparung zu öffnen. Das war ja ein Easy-Schloss. Okay, das ist unser Weg zurück. Wir machen so wie immer. Wir drehen uns nicht um. Wir werden einfach laufen. Laufen, 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 laufen. Wir laufen, 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 laufen. Wir laufen, laufen. Laufen, 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 laufen. Laufen. Das ist vorbei. Laufen, laufen, laufen. Also wir laufen, wenn nicht wir krabbeln. Das war creepy. Können wir das Ding abwerten? Das war wahnsinnig creepy. Das war so unangenehm, wie es nur sein kann. Verdammt, wieso tue ich mir das an? Weil wir laufen, 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 laufen. Und wir laufen, laufen, laufen in die andere Richtung. Oh, es ist dunkel hier. Oh, es ist verdammt dunkel hier. Wo muss ich sagen? Ich habe nicht die Lust. Ich habe echt nicht die Lust, verkehrt zu laufen. Nein, nein, nicht nur so ein Schloss. Nein, lass mich doch einfach nach Hause gehen. Ich will nach Hause. Wieso? Ich bin zwei Jahre alt. Wieso tut ihr mir das an? Was ist das verkehrt mit euch? Das ist nur verkehrt mit euch. Wieso wollt ihr mich nicht gehen lassen? Ey, das ist nicht witzig. Was ist denn los mit denen? Die Schublade kriege ich nicht auf. Es sind irgendwelche komischen Geräusche. Da ist ein Buch. Oh nein. Oh nein, komm schon. Ich stecke mich erstmal hier drängend kurz. Aber er ist nichts. Im Moment ist da nichts. Oh, das ist wieder diese Brühe, die einen umbringen will. Wo komme ich her? Wo muss ich hin? Wo ist dieser Schlüssel? Dieser verdammte Schlüssel? Dieser verdammte, verdammte Schlüssel. Dieser verdammte, verdammte, verdammte Schlüssel. Wo bin ich hier? Ich hab doch schon das Puzzleteil. Wie weit muss ich denn noch gehen? Wird sie mich verarschen? Geh weg da. Das nennt man mal Aggression vom Feinsten. Wird sie mich verarschen? Geh weg da. Da oben. Du kommst mit. Habt ihr das gehört? Schreit da einer? Okay, er speichert. Ich auch das Gefühl habe, dass ich die ganze Zeit nur renne. Weil ich Angst habe, dass da irgendwas kommt und mich frisst. So, wir haben den zweiten Schlüssel. Er speichert. Da kommt scheiß Musik. Ich hoffe, dass die scheiß Musik gleich vorbei geht. Das wäre wirklich reizend. Okay, die scheiß Musik ist weg. Ich meine, es ist zwar nur die Musik, aber es kann ja auch sein, dass die Gefahr dann weg ist. Geh mal weg da. Ja gut, so geht's auch. So. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich habe nämlich, keine Ahnung, ich habe dieses komische Schloss vorhin gefunden, aber ich weiß nicht, wo das ist. Ich habe sowieso Nullorientierungssinn. Und wann ich da noch Angst habe, gemischt mit Nullorientierungssinn, dann... Es sieht alles gleich hier aus. Es sieht einfach alles gleich hier aus. Ich meine, es kann jetzt auch nur an mir liegen, dass ich finde, dass alles gleich aussieht, aber... Ich finde, es sieht alles gleich aus. Wende, 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 wende. Das kam plötzlich. Das kam jetzt extrem plötzlich. Damals habe ich überhaupt nicht gerechnet. Diese Geräusche, was sind das für Geräusche? Wenn da irgend so ein Pädoy hinter dir steht und stöhnt. Ach, da hinten. Habt ihr das gesehen? Es war noch zu sehen, als es an uns vorbeilief. Es erklärt mir auf jeden Fall, warum man sich hier überall verstecken kann. Also dieses Ding läuft hier definitiv noch durch die Gegend rum. Wir sollten uns hier nicht zu sicher fühlen. Moment, es wird wahrscheinlich, das wird von mal zu mal schlimmer. Ich weiß nicht, wo diese verdammte Tür ist. Ich will hier weg. Ich will nur hier weg. Wo ist diese verdammte scheiß Tür? Oder Tor oder was auch immer das war. Wo ist dieses Ding? Da hinten. Oh Gott. Oh Gott, ich will hier weg. Wer findet solche gruseligen Monster? Dieses komische Vieh, wir hatten das erfunden. Wieso erfindet man sowas? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Ich habe ein ganz, ganz, ganz ungutes Gefühl. Hört ihr das? Okay, 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 okay. Okay. Soll man nicht kämpfen, kann man einfach verstecken. Das ist nicht feige, das ist Überlebenstaktik. So, dieses verdammte, lass mich jetzt endlich gehen. Das verdammte, lass mich endlich gehen. Ich will nach Hause, lass mich gehen. So, laufen, 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 laufen. Laufen, laufen, laufen. Laufen, laufen. Das ist die beste Einstellung, die man haben kann. Wir sind wieder im Haus. Ich kann mich schon wieder nicht verstecken. Wir leben noch. Ich weiß nicht, was es versucht hat, aber es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Es hat uns gesehen, aber es konnte uns nicht erreichen. Okay. Es hat uns gesehen. Es hat uns nicht erreichen. Gott sei es. Gott sei es gesagt. Scheiße, ich warte an. Das ist so der... Ich wusste, dass das Tier kommt. Ich wusste es einfach. Der Ausgang. Das ist der Ausgang. Nein, wir sind zu langsam. Hoch da, hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Hoch da, hoch da, hoch da. Oh, heiliger Scheiß. Was war das? Was bitte war das? Als dieses Ding vor uns stand, dachte ich wirklich, wie ich das packt uns und wirft uns jetzt durch die Gegend oder so. Oder wir haben verloren. Ich dachte wirklich, wir haben verloren. Ich dachte jetzt, scheiße, jetzt muss das alles nochmal machen. Oh Gott, als dieses Teil vor uns stand. Und ich dachte so, oh nein, das kann uns sehen. Und das kann uns bestimmt auch gleich da wegsnacken. Und dann haben wir das... Oh, Gott sei Dank. Scheinbar kam es nicht an uns ran und ich weiß nicht, was es getan hätte. Ich bin noch nie in die Situation gekommen. Aber ich bin sehr dankbar, dass was auch immer es vorhatte, nicht funktioniert hat. Ich setze mir dieses verdammte letzte Teil da rein. Und gehen zu unserer Erinnerung. Das haben wir uns redlich verdient. Ich höre schon wieder Sachen hinter mir, aber ich habe nicht das Bedürfnis, mich umzudrehen. Wo ist meine Erinnerung? Wieso ist die Erinnerung nicht hier? Die Erinnerung sollte hier sein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich dachte, das wäre vorbei. Das heißt, wir müssen die Erinnerung erst finden. Ich dachte, das wäre vorbei. Ich höre schon mal diese wederlichen Geräusche einfach. Da hinten klatsch. Ja, schöne Sache, schöne Sache, schöne Sache, schöne Sache. Du, wie denn ich jetzt dreckst? Wie kriegst du mich nicht? Du kriegst mich nicht. Was auch immer du vorhast, ich bin dagegen. Oh, das ist hier jetzt überall. Habt ihr es gehört? Das ist meine Mutter, die da geschrieben hat. Okay, dann geht's zum nächsten Regal, der hinten überrichtet ist. Oh Gott, mein Handy fing an zu vibrieren. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nur, hier will ich nicht sein. Oh mein Gott. Die Folge ist eigentlich vorbei, aber... Ich habe gerade zu viel Angst, diesen ganzen Mist nochmal machen zu müssen. Ich komme noch nicht rein, ich habe Angst. Als wo das Ding so oft da war, habe ich einfach Angst, dass es wiederkommt und wiederkommt und wiederkommt und wiederkommt. Und es kommt wieder. Was ist denn da Kumpfi? Es zerfällt einfach zu Wasser. Läuft bei dem. Hier ist ja die Menge Wasser. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hin soll. Was ist das für ein Ding? Was ist denn mit dem Wasser hier los? Ich habe das Gefühl, es kommt gleich wieder. Ich habe das Gefühl, je weiter ich vom Wasser weg bin, umso sicherer bin ich. Aber hier ist überall Wasser. Und das gefällt mir nicht. Jetzt taucht das Ding hier auf, wo ich mich hier nicht verstecken kann. Der Ende. Da hinten. Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Nein, ich muss klettern. Ich kann hier nicht klettern. Ich komme hier nicht weg. Scheiß, die Wand hat. Aber ich habe es gesehen. Wieso komme ich da nicht hin? Wie soll ich da hinkommen? Ach komm, das ist doch echt ne Höhe. Jetzt sagt mir nicht, ich muss hier raufklettern. Nee. Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Wie soll ich denn da hinkommen? Wie soll ich denn da hinkommen? Klingt mir das lustig? Ich kann die Erinnerung sehen, ich kann sie hören, aber ich komme hier nicht lang. Das ist einfach ne Ühe. So cool, dass ich da jetzt nicht hinkomme. Ich höre es, ich höre es, ich höre es, ich höre es, ich höre es. Da ist der Eingang. Ich habe sie übrigens gefunden. Ja, 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 ich wusste, du bekommst. Ach, da gibt es jetzt auch lang. Nein! Verdammt! Verdammter Mist, verdammt! Scheiße! Wo werde ich jetzt wieder gespawnt? Oh, bitte, lass mich den... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ich will der ganz am Anfang. Das war so schwer, den verdammten Weg zu finden. Okay, Leute, ich mache jetzt auch an dieser Stelle Schluss. Wir haben ja schon mehr als 20 Minuten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin! Tschüssi! Tschüssi!